Hallihallo, hallo liebe YouTube-Gemeinde und hier ist mal wieder ein Vlog von der Saar aus Dessau für euch. Heute geht es um Leipzig, denn wir fahren wieder nach Leipzig und da lasse ich euch natürlich dran teilhaben. Diesmal schauen wir Harry Potter im Konzert und ich freue mich wie blöde, weil das ist meine Religion. Viel Spaß bei die Saar auf Reisen. Vlog 7, Leipzig. Naja, eigentlich ist es 2. Viel Spaß! Eine Zugfahrt ist lustig, eine Zugfahrt ist schön und wir fahren heute mit dem Zug nach Leipzig und wir sind schon voll unterwegs und ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so auf heute Abend. Ich freue mich so, ich freue mich. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich. Ich freue mich so, 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 ich freue mich Hey Leute, wir sind jetzt da. Ich hab auch mein Poppots T-Shirt schon an. Ich würd sagen. Ich würd sagen. Ich würd sagen. Ich würde sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020